Du solltest aufhören, ständig vor mir wegzulaufen. Wir müssen dringend reden. Was ist das überhaupt für eine Karre? Gibt es wenigstens Musik? Sag mal, an welchem Tag hast du eigentlich beschlossen, die totale Loserin zu werden? Ich frage nur so, damit ich Bescheid weiß. Oh mein Gott, Boy George! Boy George, du bist wieder da! Schnell dich an! Du solltest dringend was ändern. Ich habe auf gar keinen Fall Bock, so wie du zu enden. Aber dafür ist es doch längst zu spät. Was soll ich denn jetzt noch machen? Vielleicht die Zeit zurückdrehen? Wir sind ein Kind, aber hier sind jetzt eine Pläne. Ich habe die Kinder in einem Lüge nach dem Schuss mitge添 Begräu. Ich habe die Kinder in der Kirche nach dem Schuss mitnennen. Ich habe die Kinder für die Kinder in der Kirche nicht eine Chance für die Kinder in der Kirche. Ich habe die Kinder in der Kirche, die Kinder in der Kirche zu vergeben. Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Ines, du reißt dich jetzt zusammen. Das ist nur ein ganz schlechter Traum. Helmut Kohl ist zu einem Staatsbesuch bei François Mitterrand eingetroffen. Die deutsche Nationalmannschaft hat unter Franz Beckenbauer in Mexiko... Hauke? Ja? Du lebst! Oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass du lebst. Ich auch. Kennen wir uns? Ich kann es nicht fassen. Ich verstehe das nicht. Ich habe dich umgebracht. Also später mal, wenn du es genau wissen willst, in 20 Jahren. Okay, dann sehe ich zu, dass ich in 20 Jahren nicht über den Weg laufe. Ich muss jetzt da rein in die Schule. Oh Gott.